Und 1.000 sind geboten bei dem Herrn in der ersten Reihe. Herzlichen Dank. Spinnst du? Du treibst mir den Preis hoch. Vertraue mir. 1.100 noch jemand? Kannst du mir zu holen und ein bisschen Geld leihen? Ja. Ja, für einen echten Kokoschka. Kokoschko. Ein monsteraler Künstler. Nicht sonderlich bekannt. 1.000 zum ersten, 1.000 zum zweiten und 1.000 Euro zum dritten für den Herrn in der ersten Reihe. Herzliche Gratulation. Danke.